Oh Mann! Ein dreckiger Roden. Oh, geht weg! Hä, ja, und jetzt? Ach ne, jetzt sag mir nicht. Och nö. Och nö. Jetzt muss... Och nö. Wozu kriege ich denn das ganze Heilungskackzeug, wenn ich jetzt sowieso wieder... Ach Mann! Alter! Ohne Scheiß, ne? Wenn ich dieses Spiel durch habe, ne? Dann bin ich so froh, ne? Ja, great. Ja, dann häng ich fest. Natürlich. Ja, ach halt aufs Maul. Renn halt wieder nicht! Arschmade! Bei Gott sei Dank. Kann man hier beim runterfallen... Nicht so viel Schaden nehmen, wie einst vermutet. Es gibt keine Prozente. Wir fangen jetzt wieder von vorne an. Ja, also hier... Was macht Spaß? Spring! Nein! Oh Gott! Ungeil! Total ungeil! Ob es echt Leute gibt, die hier... Dieses... Dieses... Wippen ausnutzen. Die es echt geschissen kriegen, von einem zum nächsten zu hopsen, ohne groß zu warten. So jemanden will ich sehen. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Und jetzt? Was? Nein! Ne! Ey, das sind solche... Hurensöhne! Das glaubt man nicht! Ja. Und jetzt werde ich hektisch. Ey, ich möchte dieses Level nicht von vorne anfangen, bitte. Ich möchte das nicht, bitte. 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 Jedes Level, aber nicht dieses. Oh, 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 oh! Herr Glöckers, verstanden! Okay, da rüber? Was ginge noch? Was? Warum sollte ich in so einen Käfig hüpfen? Was habe ich davon? Ich möchte das gar nicht ausprobieren. Jetzt haben wir nicht, hier ist irgendwo der... Okay. Da könnte man gar nicht, oder? Ne, okay, also so blöd bin ich nicht. Der Käfig interessiert mich null. Da ist nichts Verlockendes drin und nüscht. Oh! Oh ne, bin ich jetzt schon beim Kapitän? Mein Kapitän! Da liegen ein paar! Toll! Toll! Großartig! Kill nicht! Okay! 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 Oh Gott! Das geht wieder voll auf den Daumen! Hey, du Hoden! Geh tot! Geh tot! Mann! Geh tot! Toooot! Frittenhaufen! Hände abdrucken! So, du willst mir wieder nur was verkaufen, ne? Warum in aller Welt sollte ich hier mit, äh... Warum, warum sollte ich hier mit Fernkampfwaffen... Warum? Okay. Der Geisterschiffkapitän ist aus hartem Holz geschnitzt. Ja, davon gehe ich aus. Die Waffen in eurem Inventar reichen nicht ganz, um ihn über Bord zu werfen. Okay, daher muss ich die Bomben... Ach hier, wie heißen die Dinger denn? Die... Die Bomben-Dinger halt. Ähm... Hier ist keine Kralle. Ähm... Der hat doch jetzt nix, äh... Nix Neues? Nö. Hä? Ähm... 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 Was genau? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Wieso geht die Tür nicht auf? Ja, großartig. Kanonen heißen die Dinger, genau. Ja, schön, und jetzt? Sag mir bitte nicht, ich soll hier hochklettern. Ne, ne? Ne, ne, ne. Ja, toll, und jetzt? Hä? Ähm... Ähm... Ja, zielt ja nirgends hin. Äh. Leute? Ich will dieses Level nicht von vorne anfangen. Ich muss jetzt wissen, was los ist. Ich kann dieses Spiel nicht minimieren. Ich kann nicht in die Komplettlösung gucken. Was wollt ihr denn jetzt? Müsste diese Tür nicht eigentlich aufgehen? Wie lange genug Lärm macht, vielleicht ist jemand genervt und macht dann auf. Ähm. Also im großen Ganzen müsste es dann einen anderen Weg geben. Aber ich sehe da hinten auch nichts, wo ich woanders herkommen könnte. Nö. Es geht nur durch diese Tür. Ähm. Hallo. Geh doch weiter. Geh doch weiter. Ähm. Hm. Entschuldigung! Zeit um Holz geschnitzt. Waffen in eurem Inventar reichen nicht ganz, um ihn über Bord zu werfen. Ja, sondern... Oh man... Ja, sondern... Aha. Oh Gott. Ja, wenn man sehe mein Leben, das wird's gleich gewesen sein. Aha. Noch nirgends ein Kelch gesehen, falls es hier überhaupt einen gibt. Wenn das hier eventuell... Aber es macht doch keinen Sinn. Letztes Level und dann soll ich so einen Totenkopf-Heini killen. Hoch? Runter? Was? Was?! Okay, das bleibt länger auf. Ach, Mann! Nein! Oh, da hätte ich warten müssen. Ey, das ist nicht meins. Nicht mit dieser Steuerung. Hoch, runter. Hoch. Hoch! Nein! Ey, serious. Don't do this with me. Don't do this with me. Oh, nein! Ich bin jetzt gleich tot. Muss ich von vorne anfangen. Jetzt nicht. Jetzt. Komm. Äh, warum?! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Drecks... Fotzen-Level. Und ich nenne das letzte noch Huren-Level, ne? Serious? Nicht ganz. Nein! 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 Wir sehen uns gleich oder in der nächsten Folge wieder, ne? Tschüss mit euch. Tschüss mit euch.